Irgendwas gemeinsam singen oder so? Völlig losgelöst Von der Erde Webt das Raum schön Now this is the story All about how my life got flipped Turn upside down And I'd like to take a minute just sit right there I'll tell you how I became the prince of a sound called ballet Yeah! It's up and go! Und damit willkommen zum neuen Marki Video Der Sponsor des heutigen Videos ist NordVPN Mit VPNs kannst du virtuell deinen Standort ändern, was zur Sicherheit deiner Daten beitragen kann Ohne VPN sieht dein Internetanbieter, welche Webseiten du zu welchem Zeitpunkt aufrufst Dein Verlauf wird beim Anbieter gespeichert und kann jederzeit abgefragt werden Was etwas unangenehm sein kann Oh Pornhub, ups! Und hier kommt NordVPN ins Spiel NordVPN schaltet sich zwischen dich und deinen Anbieter Und sorgt dafür, dass er nur sieht, dass du den VPN-Server aufrufst Welche Website genau du mit dem VPN dann aufrufst, weiß dein Anbieter nicht NordVPN hat über 5400 verschiedene VPN-Server, mit denen du dich mit einem Klick verbinden kannst Davon stehen 240 in Deutschland, also wirst du keine Probleme mit dem Ping haben Mit dem Link in der Videobeschreibung sparst du 59% auf den monatlichen Preis Und wenn du nicht zufrieden bist, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie Das ist Kutcher-Thrash Hehehehe Ruki ist der Nauts? Cool, da haben wir einen Free-Win Ja, da musst du Ruki das Match-Up aber auch nochmal lernen, du Der beste Support, den ich jemals gefacet habe, also wie in ein Philly Den würde ich auch für NNO sehen nächstes Jahr Ich will nicht fassen! Was ist jetzt los? Ich glaube, da ist jemand gebrochen mental Boah, ich wäre so sauer, wenn ich das verloren hätte, ne? Ich muss jetzt Ruki einmal flamen für die Scheiße Das wäre jetzt kein Smack-Talk, Philly Rester, oder? Nach dem Game wäre ein bisschen weird Ich glaube nicht, dass Philly Rester hier ein Game gespielt hat Wenn ich das verloren hätte gegen Ruki Das war die schlechteste Nautilus-Performance Der Red Level 1 mit Vaiga in Aphelios-Trash rein, Leute! Was will der mir erzählen? Ich habe die komplett gefickt und sag dann zu mir Ich gehöre Permaband Und dann braucht Kutscher-Leumann nicht ankommen mit Er hat ein super Game gespielt Er hat gar nichts getan, er hat einfach ein Game geschenkt bekommen Kutscher hat gar nichts getan Wenn Bröki das gesagt hat, dass ich nichts getan habe Ist er der schlechteste Support-Spieler, den ich je gesehen habe Wie kann man so delusional sein? Das kann nicht sein Ernst sein Boah! Ich bin so sauer Ich bin so sauer Und der Typ steigt eine Div 1 auf Dann kann das auch ein halb gehörniger Affe, wenn der Bröki das kann Boah, bin ich sauer Das ist ja nicht normal Richtiges Arschloch Sola gönnt sich richtig Oh, was ist denn bei Nico Linke los? Oh mein Gott Er ist einfach besser als ich Ah, ich bin so zählte, glaub ich Ich muss einmal ganz kurz auf den Tisch holen, das wird gleich besser So, jetzt bin ich wieder ruhig Das Game ist einfach gewonnen, wenn meine Hand kein Grünsohn ist Deswegen musste sie einmal kurz mit Schmerz spüren, wer hier der Herr im Haus ist Wo steht die Soraka? Ich hab keine Lust mehr Das kann doch nicht sein! Soraka! Ah, er hat noch Flash, natürlich hat er noch Flash Natürlich hat er noch Flash! Es ist unmöglich in dieser Elo Games zu gewinnen Du kannst es vergessen! Diamond ist einfach die Hölle! Mir tut wirklich jeder Mensch leid, der aus Spaß ADC spielt in Low Elo ADC ist so eine dumme Rolle Ich kann jeden verstehen, der die ganze Zeit rumheult, wenn man ADC spielt Ey, Bröki, grüß dich! Ich hab Bröki letztens in Solo-Cure übelst geklappt Er hat Support gespielt, hat Ullberg und Tit Ja, nice Ja, naja Let me show you Enemy spotted Au! Aua! Hoppada! Hopp! Nachdem dem anscheinend vergessen hat, wie man junglet, mussten neue Strategien her Packt mal beide, dass ihr Afgar seid Aua! 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 Hach! Aua! Hach! 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 Der größte Fehler, den alle Low-Elo-Supports machen, ist, dass die Leute nicht verstehen, dass Support nicht die Hofnarrenrolle der ADCs ist. Wir sind selbstdenkende, wundervolle Individuen, die ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Wir brauchen keine ADCs. Was ich für ein ADC-Rey habe. Sag mal, wie kann man denn so bad sein? Like, das ist so frustrierend. ADCs sind einfach dumm. Die sind einfach straight up dumm. Smarboi! Smarboi, Gin, let's go, baby! Du scheiß Inter, du. Du erarbeitest Ressourcen für andere Leute, die inkompetente Trottel sind. Warum tue ich mir das an? Ich kann das nicht mehr. 15 Games Support ist genug. Warum sollte ich da noch eins machen? Warum bin ich so dumm? Ach, diese Scheißrolle. Wurde ich dir das mal? Ah, Lukas! Du bist reported, wirklich. Was war das denn? Hä, was? Was? Wie habe ich denn den Job gerade aufgemacht? Bitte? We want Wukong gone and no monkey, please. Oh, ah, 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 ooh! Ah! 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 Das war's. Haha, Flagge in den Popo. Donner Arzt, es tut mir leid. Oh, ich hab dich im Jungfad, Donner Arzt. Oh nein. Oh nein, es tut mir leid. Oh, das wollte ich nicht. Oh nein, oh nein. Das ging direkt in den Popo rein. Okay, what's happening? Oh Gott. Aber ich muss erst kriegen. Oh Gott. Was hältst du davon, dass wenn man Mädchen küsst, man Mädchenbakterien bekommt? Aber du musst dir keine Sorgen machen. Ich mach mir da wenig Sorgen um dich. Das Problem wirst du nicht haben. Wenn du diese Frage stellst, dann bist du sehr sicher. Man muss sagen, dass Tony einen positiven Effekt auf Brückenfreaksy hat. Der Mann blüht ein bisschen auf. Ich mag hier jemanden und deswegen kann ich euch nicht einfach runterrennen. Jeder für sich. What am I doing? Ich hab mir die Hände gebrochen. Ich hab mir die Hände gebrochen, ist gut. Ich brauch einen Unterarzt. Meine Maus ist weg. Hallo. Oh mein Gott. Wo ist meine Maus? Hallo. Yes, Leute. Ja. Ich hab Geräusch. Hey, Rutscher, mach die Augen auf. Ich komm nicht aus deinem Raus. Ich will so gerne Master werden und nicht schon in deinem Raus sterben. Hey, Rutscher, mach die Augen auf. Ich komm nicht aus deinem Raus. Ich will so gerne Master werden und nicht schon in deinem Raus sterben. Hey.